Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch. Und das hier ist eine Filmbesprechung, aber eigentlich geht es darum, dass wir für bessere Arbeitsbedingungen Käpten hier bei Tele-Stammtisch, denn ihr wisst es vielleicht nicht, wir werden hier jedes Mal in irgendwelche Kabuffs gezwängt, müssen Filme gucken, auf die wir keinen Bock haben, müssen darüber besprechen, müssen das schneiden, müssen das online stellen und wir fragen uns langsam, wofür das Ganze und wir wollen jetzt eine Podcast-Gewerkschaft gründen und bei diesem Kampf unterstützen tut mich heute der Johannes. Hallo Johannes. Hallo, ich finde es gut, dass wir hier sind, es ist super wichtig, also ganz allgemein, ne, tretet in Gewerkschaften ein, kämpft für eure Rechte, denn die Arbeitgeber werden es nicht machen. Die wollen nur eure Arbeitskraft und wollen euch dafür möglichst wenig Geld bezahlen, wollen, dass sie möglichst viel arbeiten und dass ihr wenig Urlaub habt. Also ab in die Gewerkschaft. Genau, und ich finde ja auch, dass Netflix mit gutem Beispiel vorangeht, denn Netflix schafft ja wirklich viel, also da werden wirklich Arbeitsplätze geschaffen, denn da kommt jeden Tag neuer Content. Manche Sachen sind klein, bisschen nischig, manche sind sehr groß und am 16. August 2024 ist dann auch ein Film gestartet, den würde ich eher zu den größeren Filmen zählen, nämlich The Union und ich würde ihn deswegen zu den größeren Filmen zählen, wegen der Hauptdarsteller. Da haben wir nämlich einmal Oscar-Preisträgerin Hal Berry und Nicht-Oscar-Preisträger Mark Wahlberg und ich frage dich lieber Johannes, reicht dieser Cast für dich heutzutage noch aus, um dein Interesse zu wecken? Naja, zumindest haben wir den Film beide geguckt und reden jetzt drüber. Also es gibt, also so viele Filme wie bei Netflix erscheinen, da gehen natürlich welche unter und ich bin ja glühender Fan der John Wick-Reihe und da hat ja Halle Berry im dritten Teil einen grandiosen Auftritt hingelegt und ich hab vielleicht schon gedacht, vielleicht ist sie ja genauso cool wie in John Wick 3. Ja, beide Filme, also John Wick 3 und The Union haben ja die Gemeinsamkeit, dass man sich schon durchaus im Bereich Action reinsortieren könnte. Ich würde jetzt bei The Union noch hinzufügen, es ist mehr eine Action-Komödie. Würdest du das auch sehen? Ja, auch wenn wir jetzt dann gleich drüber diskutieren müssen, also wie lustig dieser Film ist. Ja, das werden wir wohl tun, aber bevor wir das machen können, sollten wir vielleicht ein paar der Zuhörenden abholen, die sich das jetzt nur anhören, weil sie unsere sexy Stimmen hören wollen und denen es eigentlich egal ist, worum es im Film geht. Aber wir haben einfach auch einen Lehrauftrag. Deswegen, Johannes, kannst du uns kurz erklären, The Union, worum geht es? Das mache ich sehr gerne. Ich kann auch versuchen, meine Stimme bewusst einzusetzen. Also, es ist ein Plot, den habt ihr noch nie gehört. Mark Wahlberg spielt Mike. Mike ist Bauarbeiter. Er ist ein echter Amerikaner. Er ist der einfache Mann von der Straße. Und er trifft eines Tages auf Roxanne, gespielt von Halle Berry, seine alte Highschool-Liebe. Und kurzerhand betäubt sie ihn und er findet sich in London wieder und gerät dann in eine Geheimmission. Und natürlich arbeitet Roxanne für The Union. Dankeschön. Johannes, kennst du den Film Highlander aus den 80er Jahren? Aber natürlich. Ich meine, der ist aus vielerlei Gründen legendär und der größte, natürlich würde ich sagen, der Queen-Soundtrack. Wer liebt ihn nicht? Richtige Antwort. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber mich hat The Union ein bisschen an Highlander erinnert. Lass mich kurz erklären und ausholen. Bitte, bitte erklär uns das. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit dran ist, aber ich habe mal gelesen, dass das ursprüngliche Drehbuch von Highlander von einem 17-Jährigen geschrieben worden ist. Und wenn man die Idee von Highlander mal so Revue passieren lässt, das ist halt schon ein ziemlicher Humbug. Und Humbug heißt ja nicht zwangsläufig, dass es schlecht ist. Also Highlander, also wir reden hier nur vom ersten Teil, wichtig, nur vom ersten Teil, ist halt einfach eine tolle Idee, toll umgesetzt. Und bei The Union dachte ich mir, alleine die Idee, dass es eine total streng geheime Regierungsorganisation gibt, doch geheimer als die CIA, FBI und NSA, die ihre Agenten nicht aus Elite-Universitäten rekrutiert, sondern einfach zu einem Bauarbeiter geht und sagt, Hey, wir haben gesehen, du hast dieses Gerüst innerhalb von drei Minuten aufgebaut. Ich glaube, du wärst sehr gut, um für uns undercover zu gehen. Ist einfach eine total hanebüchene Idee, die ich aber wirklich sympathisch finde. Und es hat mich so ein bisschen halt eben an Highlander erinnert, weil ich dachte, vielleicht kam die Ursprungsidee von The Union ja wirklich von so einem 12-, 13-Jährigen oder von irgendwelchen Freunden, die sich überlegt haben, boah, weißt du, was mal lustig wäre? Wenn halt es eine Organisation gibt wie die CIA, nur noch viel geheimer und da arbeiten halt keine James-Bonds, sondern einfach nur, ja, ich sag mal, bürgerliche, also Bauarbeiter wie jetzt Mark Wahlberg. Und ich finde, die Grundidee von The Union, so plemplem sie auch ist, ich finde die total charmant. Wie ist es da bei dir? Also wenn man dem Film jetzt das positiv auslegen möchte, dann könnte man jetzt natürlich sagen, das ist dann natürlich, also die Figur von Mark Wahlberg, das ist dann diese Figur, mit der sich der durchschnittliche männliche Netflix-Zuschauer, das, ich sag mal, etwas gehobenen Alters, ne, das klingt falsch, also ne, die Väter-Generation, die kann sich dann mit Mike identifizieren und die Söhne können denken, boah, stell dir mal vor, mein Vater arbeitet auch für die Union. Also das ist das, was man dem Film positiv so anrechnen könnte. Ja, vor allem auch, weil Mark Wahlberg ja damit eingeführt wird, dass seine Figur erstmal seine ehemalige Klassenlehrerin oder Mathelehrerin verführt. Das ist halt auch so, wo ich, was ist, finde ich, irgendwie, das fand ich ganz, ganz nett, weil ich dachte, das ist ja, kann man gerne auch ein bisschen als Parodie dann sehen von James Bond. Also, und ich, ich versuche ja wirklich gerade so alles Positive rauszuquetschen, was ich an diesem Film finde. Zu dem Negativen werden wir gleich kommen. Aber ich finde, dass, dass, dass der Union in einigen Aspekten durchaus, und ich wiederhole mich, sympathisch ist, charmant ist. Der ist komplett hirnrissig, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Es gibt wirklich eine Szene, da wird erklärt, dass, dass irgendein Lagerist einfach mal so da drei, drei Jahre im Amazon-Lager gearbeitet hat und es dann geschafft hat, irgendwie Amazon zu hacken, weil das anscheinend die Arbeit im Lager dazu geführt hat, dass er, dass er hacken kann. Es ist bläm, bläm, komplett bläm, bläm. Aber ich finde es irgendwie ganz charmant, dass der Film das so hofiert und dieses Schwachsinnige auch ein bisschen umarmt. Er umarmt es aber, und da komme ich zu meinem ersten Kritikpunkt, für meinen Geschmack nicht durchgängig und nicht genug, weil am Ende des Tages haben wir hier einen ziemlich standardisierten, solide, inszenierten, aber allem in allem sehr faden und geschmacklosen Actionfilm, der, ja, die eine Erhaltbarkeitszeit hat von, was verfliegt schnell, verfüben. Ich weiß es nicht, mir fällt kein besseres Beispiel an. Aber wie war es bei dir? Ja, also das Sympathischste ist vielleicht noch die Lehrerin, weil die hat ja tatsächlich Witz und Charme. Also wie sie ihn auch so ein bisschen, also ne, er will ja ein bisschen mehr, sie hat da keinen Bock drauf, nachvollziehbar, aber gut, sie hat auch entschieden mit ihm ins Bett zu steigen, also hat sie selbst Schuld. Aber ansonsten, also ne, was uns da präsentiert wird rein erstmal auf dieser inhaltlichen Ebene, das ist ja wirklich alles. Also alles hat man schon mal gesehen, weil diese Geheimorganisationen, die global operieren und sich an keine Legislative halten, also wie viele Actionfilme gibt es darüber, könnte man special drüber machen und das würde Stunden gehen, weil es davon einfach so viel gibt. Und auch dieses, die Durchschnittspersonen kriegen einen Crashkurs von zwei Wochen und schon ist sie der Geheimagent, den die Welt jetzt braucht. Wo ich auch mal denke, Leute, also das ist doch irgendwie ein Armutszeugnis für diese ganze Branche, wenn man nur zwei Wochen trainiert werden muss und dann ist man so fit wie James Bond. Also dann kann irgendwas hier nicht stimmen und auch was da mit der Geschichte sonst passiert, es gibt quasi einen McGuffin, der verfolgt wird, dann gibt es die Theorie, oh nein, gibt es ein Spitzel intern. Dann am Anfang, also auch der Anfang, also das ist ja wie bei Mission Impossible im Ersten, es geht die Mission, geht schief. Nur muss man ja leider sagen, die Mission, wie es bei Mission Impossible schief geht, das ist ja richtig cool. Da, also ne, gut, Brian De Palma, auch krasser Regisseur auf jeden Fall und man merkt, die können alle was. Ich muss auch ehrlich sagen, wie am Anfang allein diese Mission dargestellt wird, habe ich gesagt, ja kein Wunder, dass die schief geht, ihr seid so scheiße. Also die sind so inkompetent gewesen, ich habe gedacht, verdient auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass, ich möchte nicht angeben, aber ich finde, dass der Film auch kein großes Gewese darum macht, sich anzustrengen, den, und Achtung, es kommt ein Maulwurf in dem Film vor, hätte ich das gedacht. Also ich hatte den Maulwurf nach zehn Minuten schon rausbekommen, weil es ist halt alles, wie du gesagt hast, so klassisch, wenn du nur drei Gärtenfilme gesehen hast, weißt du, was passieren wird. Und da muss man auch sagen, der Regisseur, dieser Julian Farino, der hat, glaube ich, davor noch nie Action inszeniert und das merkst du. Das ist wirklich, also ich, der Film ist in den Action-Szenen zumindest jetzt nicht so zerschnitten, dass du nicht erkennst, das geht schon okay. Aber der ist auch weit davon entfernt, dass er mir diesen, dass er meinen Action-Hunger irgendwie gestillt hätte. Das ist so, ja, so irgendwie, ich weiß nicht, wie soll ich es ausdrücken. Er bietet Action, aber es fühlt sich nicht an nach Action. Es fühlt sich einfach an wie, da ist eine Bewegung auf dem Bildschirm, aber es fühlt sich einfach nicht nach einer kinetischen Energie an. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde Action-Comedies vor allem aus den USA haben generell das Problem, dass sie nicht gute Action haben. Ich finde Night and Day mit Tom Cruise und Cameron Diaz ist da so ein bisschen eine Ausnahme. Das ist halt auch James Mangold, der kann, wenn er will, was. Also der hat auch schon Murks veröffentlicht, aber der hat ja auch schon gute Sachen gedreht. Aber viel ist da ja echt richtig dürftig. Also das sind dann halt so okay Komödien und die Action ist irgendwie auch da. Aber, also ich bin bei dir, das ist nicht hier das Level von Taken 3, was ja irgendwie, glaube ich, immer als Beispiel genommen wird. Aber, also Spaß machen tut das nicht. Es gab sogar eine Szene, ich war so absurd, ich habe da nochmals zurückgespult, weil es gibt eine Szene, wo Roxanne, die Figur gespielt von Halle Berry, so ein Gerüst an einer Hauswand herunterspringt. Ich habe gesehen, dass das eine Stuntfrau war, weil die Perücke so schlecht war. Auch da müssen wir nochmal reden. Also Halle Berry hatte, glaube ich, in einem Film noch nie so eine hässliche Frisur. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ja, Halle Berry wirkte auf mich auch immer so ein bisschen wie halt der Konterpunkt zu Mark Wahlberg, weil Mark Wahlberg halt mal wieder Mark Wahlberg spielt. Das ist auch echt langweilig mittlerweile bei ihm, deswegen, also, und ich mag Halle Berry, ich meine, die hat in ihrer Karriere auch nicht einen Top-Film mitgespielt, aber The Union ist halt so ein Film, wo man sich auch fragt, so, okay, ich gönne dir den Paycheck, aber so einen richtigen Gefallen damit hast du dir auch nicht getan. Weil es wirkt halt immer so wie so ein Wegwerfprodukt und das ist, glaube ich, auch ein bisschen schädlich für die Karriere. Bei Mark Wahlberg habe ich mir das Gefühl, dem ist es scheißegal, weißt du, der macht im Jahr so zwei, drei Filme, einige kommen im Stream, einige kommen im Kino, es scheint dem echt egal zu sein. Der hat wahrscheinlich auch längst ausgesorgt, aber was ich eher zumindest zuguthalten muss, sie sticht halt zumindest ein bisschen heraus und wenn es nur optisch sein soll. Aber Mark Wahlberg ist halt wirklich die Raubfasertapete unter den Schauspielern. Ja, der ist halt immer der gleiche und sorry, der war doch auch nie sympathisch, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der irgendwie in den USA gut ankommt, weil er so ein bisschen vermeintlich, also, das ist auch ein Multimillionär, wenn nicht sogar Mediadär, der ist halt scheißreich, weil es sind Hollywoodstar, aber irgendwie vermeintlich soll er noch diesen Normalo darstellen, was er natürlich nicht ist. Und, nee, ich fand ihn nie sonderlich sympathisch, es gibt halt Rollen, wo der okay funktioniert, aber, also, ich verstehe auch nicht, warum der noch so eine, also, muss ich sagen, der hat ja schon irgendwie noch eine Karriere. Das ist ja schon noch einer der größeren Stars, der auch immer, der findet ja auch noch in den Hauptrollen statt und der ist ja nicht abgedriftet wie, keine Ahnung, John Cusack oder Coburn Jr., die ja nur noch in irgendwelchen B-Movies auftreten, wo ich denke, das sind beides talentierte Schauspieler, aber Mark Wahlberg kann weiter Mark Wahlberg sein, also, der ist ja wie Ryan Reynolds, nur, dass er nicht lustig ist und noch unsympathischer. Ja, ich glaube einfach, dass Mark Wahlberg es perfektioniert hat, seine Nische zu finden und manchmal funktioniert er bei mir, ich hab letztens, ähm, nochmal diesen, das Remake von Hier, Vierer Brüder geguckt, wo er ja auch mitspielt und da, finde ich, funktioniert er für mich ganz gut. Aber so die Zeiten, in denen man sich mal darstellerisch was traut, zum Beispiel die Rolle in The Fighter fand ich ganz gut von ihm, aber mittlerweile seit über 10, 15 Jahren, finde ich, ist es meistens, spielt halt wirklich immer nur Mark Wahlberg und ich meine, der, ich nenne es mal, der Erfolg gibt ihm recht, also, der wird es ausgesorgt haben, aber Mark Wahlberg ist, wie gesagt, der ist so komplett egal, mir zumindest und der hat so eine ganz seltsame Ausstrahlung für mich, weil, du weißt halt, es ist Mark Wahlberg und es ist nicht so, dass ich mir denke, äh, Mark Wahlberg habe ich keinen Bock, es ist einfach so, ja gut, es ist halt Mark Wahlberg, es ist so, Redundanz auf zwei Beinen, leider, für mich zumindest. Ja, und also nicht falsch verstehen, ich finde es auch irgendwie unproblematisch, wenn Stars ihre Marke finden, also ich meine, Jason Statham dreht seit Transporter gefühlt die gleiche Rolle, aber ich muss sagen, der spielt halt auch, also der kann ja auch Action, also das muss man ihm ja zugestehen, der hat es auch verstanden oder auch Scott Adkins im B-Movie-Bereich, der spielt auch fast immer nur Scott Adkins, mal ist er halt der gute Scott Adkins und mal ist er der böse Scott Adkins. Zu erkennen am Bacht. Aber er kann halt kämpfen und, äh, also, richtig, richtig, also da muss ich sagen, warum hat Mark Wahlberg eine Karriere, aber Scott Adkins, also der hat auch eine Karriere, aber nicht so eine Karriere. Ey, ganz ehrlich, stell dir die Union vor und tausch einfach mal Scott, äh, Mark Wahlberg und Scott Adkins aus und dann sagst du noch diesem Isaac Florentin, weißt du was, du drehst den Film jetzt. Dann wäre das immer noch kein Meisterwerk, aber dann wäre sicher, zumindest wenn es um Action geht, würde der Film abliefern. Voll, aber es ist ja auch kurios, wie allgemein, ähm, also besetzt dieser Film ist, ne, das sind ja nicht nur Mark Wahlberg und Halle Berry, wir haben J.K. Simmons als, als Leiter dieser Organisation. Wir haben Mike, Mike Coulter, der halt im, 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 im Prolog auftritt, auch als ein Agent. Dann haben wir noch Jackie, äh, Haley, ne, den kennen ja ganz, äh, viele, natürlich aus dem, äh, Nightmare on Elm Street Remake. Und natürlich aus Little Children und Watchmen, wir wollen mal hier bei den, bei den Fakten bleiben, ne. Und auch, muss ich sagen, die spielen, finde ich, auch so ein bisschen Karikaturen ihrer selbst, ne. J.K. Simmons ist halt der alte, krasse Typ, der jetzt ja einen Bart hat, also einen Ultra-Bart. Mike Coulter ist halt einfach der toughe Typ, also ich meine, wer hier, wie hieß er denn, Splane mit Jared Butler, wo Mike Coulter, also das ist fast die gleiche Rolle, nur, dass er halt diesmal nicht ein Gangster ist, sondern Agent. Also ich, mein, Mike Coulter hat eine Ausstrahlung, ich finde, der hat vielleicht noch am meisten Ausstrahlung, weil der einfach krass ist und dann auch mal einen coolen Anzug tragen darf und sein Bart ist perfekt getrimmt, aber sonst. Ja, aber sonst, das, das beschreibt diesen Film wirklich herausragend gut, weil, weißt du, es gibt Filme, die finde ich zumindest richtig scheiße und kann mich drüber aufregen, ja, aber The Union, es ist halt so wie so eine Teflon-Pfanne, es ist so, du, ich bin irgendwie, ich hab mich nicht aufgeregt, als ich den Film geguckt habe, ich hab mich aber auch nicht begeistert, es war so, ich hab ihn jetzt geguckt und zwei Stunden später hab ich vergessen, dass ich den überhaupt gesehen habe, ich meine, das ist ernsthaft, ich hab ihn geguckt, hab Netflix geschlossen, hab ein paar Stunden später Netflix aufgemacht und dann war dieser Film halt in der Kategorie nochmal sehen, das hab ich aber nicht gesehen, ich dachte, das ist halt so, was mir Netflix gerade vorschlägt und ich dick halt auf das Bild drauf und drück auf Play, hey, der Film fängt wieder von vorne an und ich denk mir, das kenn ich doch und dann, ach, den hab ich ja gerade eben schon mal gesehen und ich möchte das hier nicht nur auf mein horrendes Alter schieben, sondern einfach daran, dass dieser Film wirklich so absolut vergessenswert ist und ich glaube, dass das mit die schlimmsten Filme sind, die so wirklich gar nichts bei dir auslösen, außer, dass du sie innerhalb von Minuten wieder vergisst. Der ist ja auch, man muss ja auch sagen, das ist ja eine Leistung, der Film geht ungefähr 100 Minuten, also kein Gag hat gezündet, kein einziger Gag war lustig und keine Action-Sequence war gut, also, und die Handlung, da braucht man auch nicht reden, die ist völlig Banane. Mir war der Film leider nicht egal, weil ich hab mich, also, ich, ist halt die Frage, wie ernst soll man so einen Film nehmen und wie tief sollte man da reingehen, aber, also, wie hier Mark Wahlberg auch am Anfang inszeniert wird, als dieses ideale, konservative US-Leben, hab ich gedacht, also, sorry, das macht doch auch die ganzen, also, das ist so ernst konservativ dann weht da, die US-Flagge und natürlich kann der Bauarbeiter von der Straße auch die Welt retten und, äh, also, boah, ich frage, ne, das haben die, glaube ich, alles nicht so intendiert, hoffe ich, also, will ich die nicht unterstellen, das ist, glaube ich, einfach, die benutzen da einfach sozusagen bestimmte Bilder, es gibt ja auch so eine Szene, wenn Mark Wahlberg mit seinen Kollegen als Bauarbeiter am Anfang da noch auf dieser Stahl-Dingsens sitzt, das ist, also, ich würde sagen, könnte man als Anspielung an dieses legendäre Bild mit den Bauarbeitern da sehen, aber, boah, ich, das ist alles so unangenehm, auch wie dann die CIA irgendwie als völlig inkompetent dargestellt wird, wo ich aber gedacht hab, ey, also, ich war halt so weit, weil auch die Union, die ja irgendwie krass sein sollen, die waren so inkompetent, also, ich hab eigentlich für die Bösen geroutet, weil ich gedacht hab, die Bösen sind viel besser, weil die, die kriegen's ja geschwitzen, die kriegen's hin, die ganze Union auszutrinken, wo ich denke, Leute, ihr lauft einfach offen auf der Straße rum und wundert euch, dass ihr niedergeschossen werdet, selbst schuld. Ja, ja, das ist, also, gerade der Anfang, den fand ich fast schon in der Hinsicht amüsant, auch wenn's nicht identiert war, dass es die ersten zwei Minuten so wirkt, okay, wir haben es hier mit Profis zu tun, wo du siehst, wie sie sich fertig machen und wie sie so ihr Ziel erreichen, und dann geht alles schief und sie machen wirklich einen Fehler nach dem anderen, wo man sich auch denkt, so, ja, ist eine total tolle Idee, genau ins freie Feld zu laufen, wo die Schafstützen warten, richtig gute Idee, richtig gute Idee, Profis, echt Profis. Ähm, und ich musste auch an, an Mission Impossible denken, gerade an den ersten Teil, das ist ein guter Vergleich, und ich glaube, man kann Union auch ein bisschen, äh, so beschreiben, und jetzt mach ich hier so eine richtig coolen, äh, eine coole Phrase, wie die coolen Jungs das immer machen, The Union ist so ein bisschen Mission Impossible auf Wish bestellt. Ja, also, es ist natürlich super abgedroschen, aber es passt halt, weil auch dieser Film so abgedroschen ist, also, der ist auch irgendwie Arbeitsverweigerung auf allen Ebenen, weil, also, es gibt hier, also, ne, das ist eine Person, die hält eine Kamera, aber es gibt kein, kein Bild, was irgendwie schön ist. Die Kostüme sehen halt aus, wie so Leute aussehen, außer, also, das ist jetzt kein Spoiler, am Ende sehen wir eine Hochzeit, Halle Berry trägt ein schwarzes Kleid, was aussieht als, also, ich finde, es sah aus wie ein Dessou, und sorry, ich bin jetzt mal hier, jetzt bin ich mal ein bisschen konzentriert, wer trägt denn bitteschön schwarz auf einer Hochzeit? Leute, das geht ja mal gar nicht. Und, also, es ist ja einfach, es sieht auch nichts gut aus, also, ich meine, die sind in London, wo ich denke, London, ich war noch nie in London, ich wäre gern mal in London, das ist bestimmt eine sehr schöne Stadt, und da kann man bestimmt schöne Bilder einfangen, aber, das ist es nicht, oder dann sind sie irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie sind, das wird nicht gesagt, dann ist es irgendwo schön und sonnig, ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, sie sind am Anfang irgendwie in Italien, glaube ich, in London, das ist halt auch so dieses Klischee von diesem Angettenfilm, dass du halt dieses Globeshotting hast, aber es wäre auch egal, die hätten auch sagen können, wir sind in Castro-Brauxel, das hätte halt nichts geändert, weil, klar, das sieht halt schön, in Anführungszeichen schön aus, weil du irgendwelche Seen hast und sonnendurchdutete Panoramen, aber, da habe ich dir komplett recht, der Film ist absolut, er ist nicht hässlich, aber auch da kann man wieder dieses sagen, also, für mich zumindest, er ist visuell auch so komplett egal und austauschbar. Ja, das ist halt eben der Krux dabei, wenn dieser Film zumindest für mich irgendwie was hätte, wo ich mich wirklich richtig drüber aufregen kann und ich finde, was du gesagt hast mit Mark Warburgs Figur, gebe ich dir auch recht und das ist auch so ein Part, wo ich denke, wenn ich mehr drüber nachdenken würde, glaube ich, würde mich das aufregen, aber der Film bringt mich halt nicht dazu, weil ich auch irgendwie mir denke, ich habe nur eine gewisse Energieressource übrig, ich habe keinen Bock dafür, das Verschwenden an die Union, dafür ist der Film jetzt nicht mehr wert, weil die Figur, die er spielt, ist halt wirklich erzkonservativ und auch so unnahbar und dieser typische Bostoner Guy und das finde ich bei ihm schon sehr problematisch, weil Mark Warburg in der Vergangenheit ja durchaus mal klargemacht hat, auch in welchem Lager er so beheimatet ist. Nur mal kurz gesagt, das ist zwar schon Jahre her, aber Mark Warburg hat ja mal glanz offen gesagt, dass er, glaube ich, Ang Lee irgendwie ins Gesicht hauen wollte, weil er ihm, weil er gewagt hat, Ang Lee ihn gefragt hat, ob Mark Warburg die Hauptbrunnen in Brokeback Mountain spielen will. Also da wissen wir ungefähr, wie Mark Warburg vielleicht tickt, deswegen ja, aber und das ist wie gesagt der allergrößte Kritikpunkt an diesem Film für mich, der löst halt einfach letztlich nichts bei mir aus und wie ich schon sagte, das sind die Filme, die eigentlich die schlimmsten sind. Ich meine, man kann dem Film zumindest zugestehen, anders als zum Beispiel Heart of Stone, dieser furchtbare Agentinnenfilm mit Gal Gadot, der ja wirklich grotesk, beschissene CGI hatte, das hat der hier nicht, also der spielt an echten Sets. Auch wenn man sagen muss, also das ist ja, das ist ja eigentlich nichts, was man loben sollte, also irgendwie muss man es heutzutage schon loben, aber eigentlich soll es so eine, also das sollte so ein Standard sein, du denkst, ja, wenn ihr in London dreht, dann dreht in London oder dreht woanders, aber es soll dann zumindest aussehen wie London. Ich meine, es gibt genug Filme, die woanders drehen, aber dann sieht es halt trotzdem vernünftig aus. Ich finde halt noch völlig kurios, der Film ist ja so konservativ, aber der behauptet ja so progressiv zu sein. Es gibt dann so eine Szene, wo Halle Berrys Figur jemanden niederhaut und dann die, ich weiß gar nicht, was sie ist, medizinische, also die auch irgendwie im Team ist, wird gespielt von einer asiatischen Schauspielerin, die sagt dann Slay Girl oder Yes Girl und dann gibt es noch so ein Alibi-Monolog von Halle Berrys Figur, wo sie sich über den Rassismus von Mark Wahlbergs Charakter aufregt und das ist so faul. Also ich möchte, ich möchte das, ich möchte mehr Voke-Filme im besten Sinne. Also nehmen wir zum Beispiel den, das Drei-Engel-für-Charlie-Remake. Das ist auch kein guter Film. Der ist auch super vulgär irgendwie feministisch und auf die Fresse, aber der macht das wenigstens ehrlich, weil der das konsequent durchzieht und sagt, wir haben hier drei geile Frauen, die einfach alles niedermähen. Und, aber das hier ist so halbherzig und scheiße, auch oft, es gibt am Ende auf der Hochzeit, dann gibt es noch, also da sitzen natürlich alles nur weiße Amis, aber da sitzen zwei schwarze Männer zusammen. Da habe ich gedacht, ist das jetzt das schwarze Alibi-Schwule-Paar, was da sitzen muss, weil irgendwelche, also das ist so heuchlerisch. Ich bin, ah, nee. Es gibt auch diese eine Szene, wo es, nachdem es zu einem Kampf kommt zwischen Mark Wahlberg und einer Frau, und die Frau hat die, hat, ist es besser als er, ne, weil Überraschung, nur weil man Gerüst baut, kann man immer noch nicht gut kämpfen, das, ne, aber gut, sei es mal drum. Und dann kommt dann sein Kollege und sagt so, ja, du, ich war bei meinem ersten Tag, wurde ich auch verprügelt, aber nicht von einer Frau. Und das kommt dann so da reingeschoben, so, ja, ich meine es gar nicht so ernst, aber dann denke ich mir so, dann sei doch einfach ein Arschloch. Dann gibt das der Figur ja zumindest noch ein bisschen Futter, ja, aber so ist es wieder so halbherzig, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist, das hat mich dann auch so ein bisschen nicht irritiert, aber auch nicht aufgeregt, aber das war so zumindest so ein leichter Funke von, oh, ich glaube, ich fühle gerade irgendwas. Voll, ich meine, also nehmen wir zum Beispiel hier den vierten Beverly Hills Cop. Ja, den ich sehr mochte. Ich fand den auch, also ich habe mich echt positiv überrascht, das ist ein Film, den würde ich mir auch nochmal angucken. Und da wird ja tatsächlich damit gespielt, dass XLF halt ein alter Dude ist, der nicht damit wirklich zurecht, also der irgendwie so leichte Probleme hat. Das ist kein mieser Wichser oder sowas, aber man merkt halt so ein bisschen, der ist nicht in der aktuellen Zeit, was ja völlig okay ist, weil es ist, also ich glaube, das haben irgendwie, glaube ich, Leute auch nicht ganz verstanden. Natürlich kannst du rassistische Figuren zeigen, der Film darf halt nicht rassistisch sein. Und, oder, oder auch irgendwie, ne, sexistisch etc. pp. Und ich finde, das macht das Beverly Hills Cop, der vierte Teil zeigt das halt, dass XLF nicht ganz auf der Schiene ist, aber der Film ist das nicht. Und hier ist es eher andersrum, dass man versucht, progressive Figuren zu zeigen, aber der Film eigentlich völlig, also überhaupt nicht irgendwie progressiv politisch ist, sondern ganz furchtbar, weil nur weil man Halle Berry castet, ist das nicht gleich, okay, wir haben eine schwarze Frau und jetzt sind wir Vogue und cool und, nee, das reicht nicht. Es gab auch so Sachen, die habe ich nicht ganz verstanden, zum Beispiel zu Beginn des Films wird ja die Mutter von Mark Wahlberg so reingebracht, die ja ihren Sohn irgendwie im FF kennt und sofort weiß, was Phase ist, selbst wenn sie ihn nicht sieht, sondern nur am Telefon mit ihm redet. Und das ist dann so, dachte ich mir, soll das ein Running Gag sein? Weil dafür wird er halt nicht konsequent ausgespielt. Und das ist dann auch noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Ich hatte das Gefühl, dass der Film manchmal mir zu sehr die Sachen forciert. Also manchmal forciert er mir, wie zum Beispiel mit der Mutter, zu sehr die Komik. Dann gibt es aber auch Momente, wo man mir wirklich weiß machen möchte, das ist jetzt gerade voll dramaturgisch und tief, weil es gibt ja im Laufe der Handlung gibt es ja auch Verluste bei The Union. Und ich finde es halt immer so ein bisschen neppsch, wenn versucht wird, irgendwie, dass ich Trauer empfinden soll für eine Figur, von der ich gar nicht wirklich wusste, dass sie existiert. Nee, und also, ne, die Figur, die hat drei Sätze gefühlt gesagt und die hat, also, ich meine, das kann einen Impact haben, wenn man die Figur irgendwie vorher krass einführt. Also, wir können nochmal auf Mission Impossible verweisen, zum Beispiel der vierte Teil. Der beginnt ja auch mit einer Sequenz und der spielt ja Josh Holloway, den kennen viele wahrscheinlich aus Lost, einen Agenten, der richtig cool ist. Also, die erfüllen die Missionen und dann wird der umgebracht von der Figur von Leia Seydoux. Und da habe ich gedacht, gut, ich mag auch Josh Holloway einfach, aber da wurde gezeigt, der ist ein krasser Typ. Die haben eine coole, also, das Team ist fähig und dann wird er umgebracht. Das war richtig hart und es wird im Film ja auch noch, also, das wird ja wirklich verhandelt mit der Figur dann von Paula Patton. Also, das hat wirklich eine Bedeutung. Und hier sitzt Halle Berry, dann liegt im Bett und Mark Bolberg redet kurz mit mir und sie hat keine Tränen in den Augen, weil ich glaube, Halle Berry jetzt auch nicht so viel Bock hatte auf den Film. Oder die das hatten und dann war es das. Dann spielt das keine Rolle mehr. Also, das wird so einmal alimimäßig erwähnt nach dem Motto, sie ist jetzt, die Figur ist tot und dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz das auch irgendwie reinbringen. Aber interessieren tut sich der Film kein Stück dafür. Ich musste da auch ein bisschen lachen, weil Jackie und Haley dann auch irgendwie so ein bisschen reagiert nach dem Motto, als würde ich beim Supermarkt vom Brotregal stehen und denken, ah, verdammt, das Volk und Toast ist aus. Ah, Mist. Ja, also, ich muss sagen, ich hätte lieber gesehen, du hast es ja erwähnt, wie seine Figur eingeführt wird, dass er da bei Amazon das umprogrammiert und dadurch den ganzen Führungsstabler, das hätte ich lieber gesehen. Also, Jackie A. Hurley einfach 100 Minuten lang, wie er in so einem Lager Gabelstapler fährt, das hätte mehr Spaß gemacht. Auch, ich meine, wie am Anfang das Auto, also, der Film, ich weiß nicht, ob das bewusste Product Placement sind, aber wie da ein Jeep, ein 200.000-Dollar-Jeep eingeführt, habe ich gehört, so, Leute, ey, also, nee, ich, 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 also, Product Placement ist ja zum Teil irgendwie inzwischen auch so ein bisschen, also, das muss vielleicht einfach stattfinden, um auch gewisse Filme zu finanzieren, aber wenn, dann macht das doch zum Beispiel wie bei Red 2, da gibt es ja einen sehr, sehr ikonischen Pringles, äh, Product Placement, aber dann setzt Bruce Willis die ein, er verstreut die auf dem Boden und dann laufen die Gegner darüber und dann weiß er, wo sie sind. Und, also, dann kann ich auch damit leben, dass Product Placement ist, weil das ist eine lustige Idee. Aber dieses faule, hey, kennt ihr schon den krassen Land Rover? Er ist männlich und er hat 1000 PS und er hat jetzt auch, ihr müsst den Schlüssel nicht mehr reinstecken, er hat einen Knopf und dann fährt er. Ja. Weißt du, woran mich der Film auch erinnert hat? Ähm, äh, an diesen, wie ist der, Central Intelligence mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Davon hat er ja auch was, weil er, weil er quasi Hellberry so ein bisschen die Rolle jetzt hat wie damals Dwayne Johnson. Und ich glaube, das merkt man ganz gut, weil, äh, ich finde Central Intelligence ist jetzt auch kein super Film, aber der ist halt, der weiß halt, was er will und was er auch ist und der versucht auch diese Komik-Base wesentlich besser auszuspielen als The Union. Den habe ich nicht gesehen, aber da fehlt mir gerade tatsächlich ein guter Film an, zumindest habe ich ihn gut in Erinnerung, mit Mark Wahlberg, die etwas anderen Cops. Oh, der ist großartig, ja. Den muss ich mal wieder gucken. Ich meine, allein der Beginn, wo, äh, wo Samuel L. Jackson und The Rock vom Haus springen. Ja. Elbe Buschers, ja, ja, das ist so. Aber, weißt du, du musst halt wissen, im, äh, der etwas anderen Cops, da ist ja Mark Wahlberg auch ein V, der fliegen will, ne? Das ist, das darfst du nicht vergessen. Aber die etwas anderen Cops oder die Abergeist, ich glaube, den gibt's auch gerade bei Netflix, äh, ist ein super Film. Also den würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, den anzugucken, statt der Union. Ähm, was ich noch interessant finde, ähm, was ich interessant finde, was mich halt auch wirklich stört bei den letzten großen Netflix-Filmen, es gab ja keinen großen Netflix-Film in den letzten Jahren, der nicht darauf aus ist, als Franchise wiederzukommen. Und das ist ja bei der Union auch quasi. Der Film endet, klar, der Fall ist abgeschlossen, ne? Happy End, aber es ist sehr klar, du kannst ohne Probleme eine Fortsetzung machen. Das war ja auch schon bei dem eben von dir erwähnten Heart of Stone so, du könntest es bei Damsel machen, ähm, bei Atlas könntest du es machen. The Gray Man. The Gray Man, genau, äh, ich muss sagen, ich kann das schon verstehen, warum sie es machen, aber auch hier, das ist alles so forciert, und würdest du, oder glaubst du, es kommt was? Und wenn ja, was müsste The Union 2 für dich besser machen? Also ich meine, ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, aktuell ist er noch nicht in den Top Ten, du hast ja gesagt, das passiert noch, wir haben ja zusammen, äh, auch, also als wir das letzte Mal zusammen gepodcastet hatten, haben wir über Trigger Warning gesprochen, auch so ein, ja, Trigger Warning fand ich viel, viel besser als das hier, ähm, aber ist auch kein guter Film, aber der war natürlich auch ultra erfolgreich, also wahrscheinlich wird dann auch, äh, ähm, hier The Union ultra erfolgreich, aber ich weiß auch nicht, wie viel das Ding gekostet hat, ne? Also, ich, ich, also nee, ich will keine Fortsetzung, aber andererseits, wo ich denke, also, mir ist es auch egal, ob die eine Fortsetzung mit Mark Wahlberg drehen oder ob die einen anderen Action-Netflix-Film mit Mark Wahlberg drehen, weil ich glaube, das wird gleich Banane. Sollen sie einfach J.K. Simmons und Jackie Ely Hurley nehmen und die beiden zusammen irgendwo hinschicken und alles andere vergessen, dann sollen die irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist vielleicht besser, weil J.K. Simmons ist halt J.K. Simmons und, aber, ja. Und was mir gerade auch in den Sinn kommt, es gab vor drei oder vier Jahren ja auch diesen Netflix-Film auch mit Mark Wahlberg, Spencer Confidential, der auch sehr erfolgreich war und wo dann auch gesagt wurde, da kommen Fortsetzungen und da kam hier bislang auch nichts und ich glaube auch irgendwie, dass Netflix es nicht hinbekommt, halt diesen, so, zum einen einen Bass zu generieren und den dann so auszunutzen, dass es auch Sinn macht, da was fortzusetzen, weil, kannst du mir sagen, was du willst, also, ich glaube schon, dass The Union Netflix typisch in der Top Ten landen wird in den ersten Wochen, ja, das ist dieses Obligatorische, hey, wir, erfolgreicher Start, weil auf Platz 1, ne, anyway, dann wird er halt in zwei Wochen wieder raus sein und dann wird auch niemand mehr nach dem Film krähen und ich glaube dann, ich glaube nicht, ich glaube nicht an Fortsetzungen, glaube ich nicht, außer der Film wird richtig erfolgreich und erreicht so das Popularitätsniveau von Wednesday oder so, aber ich glaube, da sind wir uns beide ehrlich, das wird nicht passieren. Nee, aber Wednesday hat, also, ne, ist auch handwerklich, ne, da merkt man, Tim Burton steckt dahinter, das ist ja auch viel besser, aber selbst, also, ne, man kann über die Qualität von den beiden Rebel Moon Filmen von Zack Snyder diskutieren und auch der hat viel geklaut, aber da merkt man ja, das ist ein Film mit Handschrift, das ist ein Film mit einer eigenen Vision, ob man die mag oder nicht, aber The Union ist das nicht, also, hier ist nichts, nichts, also, das ist so ein Film, wo man sich fragt, warum existiert dieser Film, also, was ist die Intention dahinter von den Leuten da gewesen, das zu tun, also, ich check's von den unterschiedlichen Gewerken, also, keine Ahnung, Make-up und Kostüme, die brauchen halt Kohle und dann arbeiten sie halt für so einen Film und fertigen halt für Mike Coulter einen schicken Anzug, aber, wo ich alles andere denke, das kann's doch nicht sein, also, man will irgendwie nicht so groß sein, man muss ja sagen, man muss doch eigentlich sagen, wenn man einen Film dreht, dann muss man doch irgendwie eine Idee haben, zu sagen, diese Geschichte muss erzählt werden oder ich möchte irgendwie visuell was machen, weil die John Wick-Filme haben auch keine Geschichte, aber die übertreffen sich halt, was die Action angeht, mit jedem Teil und sehen geil aus und wenn man dann noch, Ja, wo man sagen muss, John Wick hat ja auch dieses, dieses Worldbuilding, was sie ja, was sie ja auch von anderen Actionfilmen auch wirklich abhebt und sie versuchen ja nicht mal richtiges Worldbuilding hier zu betreiben, das erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du den kennst mit Angelina Jolie und James McAvoy Wanted, diese Comic-Verfilmung, die ist jetzt auch, glaube ich, fast 20 Jahre alt, die hat ja auch so ein Ding, so Nobody wird zu einem super Auftragskiller und der Film ist natürlich noch wesentlich übertriebener und man kann ihm einiges vorwerfen, aber der ist zumindest, hat der doch irgendwas und bei The Union ist es echt so, ja, wir haben ja diese Idee, wir holen halt in Anführungszeichen Bürgerliche, die zu Agenten werden nach zwei Wochen Training und dann ab dafür, aber es ist so inspirationslos, so niedergeschrieben und niedergekaut und niederinszeniert und ich möchte keinem, der Teilnehmenden was Böses, aber ich habe auch das Gefühl, das ist kein Kunstwerk, was da gemacht wurde, das ist einfach nur, ja, wir müssen das machen, weil es ist Arbeit, es ist ein Paycheck und dementsprechend passt es schon, dass es der Film halt übersetzt die Gewerkschaft heißt. Auch wenn, also ne, Gewerkschaften sind so viel wichtiger als dieser Film, aber auch, also das ist ja auch nicht so, also ich meine, Jackpot auf Prime ist ja einen Tag vorher gestartet, fand ich jetzt auch nicht gut, aber der kann, der hat zumindest verstanden, was die Stärken, der hat Aquafina und John Cena, die beide Charisma und lustig sind. Das hat der Film verstanden und nutzt das. Hier, also, man hätte ja vielleicht wirklich irgendwie Mark Wurberg als so ein bisschen doof oder so ein bisschen grießgrämig zeigen können und man hätte, also weiß ich nicht, man hätte sich ja auch irgendwie trauen können, tatsächlich mal irgendwie Helle Berry, ich weiß nicht, Anlehnung an Catwoman auch ein bisschen zu sexualisieren, aber der Film traut sich ja gar nichts. Also, der ist wirklich, ah, ja, das ist wirklich schwierig, also, ne, ideologisch kann man sich da einigen reiben, aber handwerklich, das ist so ein Film, wo ich denke, es einfach so, ja, man kann sich da auch einfach nicht reiben, weil es gibt nichts zum Reiben, weil es, also, man kann sich nur darüber aufregen, dass es da nichts gibt. Ja, also, ja, das ist eigentlich perfekt beschrieben, es gibt da nichts, woran man sich reiben kann und das ist schade, vor allem, wenn man irgendwie sich, wenn es juckt, ne, ha, ha, so, glaub mir, das war, Also, dieser Gag war besser, als jeder Gag in The Union. Ja, danke, danke, Netflix ruft mich an, ne, ich, ich könnte Geld gebrauchen, ich habe auch ein paar richtig tolle Ideen, äh, zum Beispiel, ähm, es geht um einen Podcast und das sind eigentlich alles Geheimagenten und die kämpfen dann gegen böse Leute. Ich, ähm, ich wäre dafür offen, äh, nur bitte, 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 ich möchte nicht von Mark Warwick gespielt werden. Ne, ich finde, der Film heißt dann The Cast, ja, und, ähm, also die Top Ten sind sicher, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und natürlich kommt dann diese, diese obligatorische Schlagzeile, erfolgreichste Netflix-Eigenproduktion, äh, so und so viele Haushalte haben den geguckt und was man ja immer nicht vergessen darf, ist, dass ja bei Netflix ein Film schon als geguckt gilt, wenn man nur zwei Minuten davon gesehen hat. Also, dementsprechend sei es mal hingestellt. Ähm, ich glaube, wir sind hier durch, oder? Es ist, es ist, also, ne, wir können natürlich noch jetzt ein Fazit irgendwie beschließen, also ich bin überrascht, wie viel wir jetzt über diesen Film gesprochen haben. Hätte ich vorher nicht gedacht. Äh, ich auch nicht und, äh, das sei hier verraten, wir wollten ihn eigentlich erst auch am Tag später aufnehmen und dann haben wir uns dann relativ spontan entschieden, das doch früher zu machen. Ich bin sehr dankbar, weil ich glaube, ähm, einen Tag später, und es wäre für mich noch schwerer gefallen, über diesen Film zu reden, äh, den ich halt einfach mit dem Wort egal beschreiben würde. Das wäre jetzt mein Fazit. Dieser Film ist komplett egal. In sämtlichen Bereichen. Egal, egal, egal. Und ich bin irgendwie auch glücklich, dass er mir egal ist, weil ich habe auch keinen Bock mehr, mich über solche Filme aufzuregen, weil, weil ich bin ein alter Mann, ja, ich habe nur noch gewisse Ressourcen, Energie jeden Tag und die sind mir wichtig und heilig und die möchte ich für solche Filme nicht opfern. Deswegen, dieser Film ist komplett egal und wenn ihr ihn guckt, guckt den, ist mir egal. Wenn ihr nicht guckt, guckt den nicht, ist mir egal. Und ob es einen zweiten Teil geben wird, ist mir auch egal. Was mir nicht egal ist, ist natürlich die Meinung und das, beziehungsweise das Fazit von dir, Johannes. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bitte guckt den nicht. Also ich habe gerade mal geguckt, was dieses Jahr noch so an Netflix Eigenproduktionen war, die ich richtig kacke fand. Also ich fand zum Beispiel 60 Minuten ziemlich schlecht und Badland Hunters. Die sind beide viel, viel besser als The Union. Ich würde mir lieber nochmal 60 Minuten und Badland Hunters angucken als The Union. Ich fand den wirklich das, ich bin, also ich wäre gerne in dem Modus von dir, dass ich sagen kann, der ist mir egal, aber ich bin richtig wütend. Ich würde glaube ich auch aktuell sagen, ich muss nochmal gucken, ich glaube, das ist für mich aktuell der schlechteste Film des Jahres. Okay, Johannes, vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Du musst so in diesen Zen-Modus kommen. Einfach in diesen Zen. Ich verstehe, was du, ich meine, du bist ja auch ein paar Jährchen jünger als ich, aber das bringt die Erfahrung. Einfach runterkommen, Zen, das ist es nicht wert. Du kannst es auch nicht ändern. Du hast jetzt den Leuten geholfen, denen du ihnen ganz klar gesagt hast, The Union ist nicht gut und ich unterstütze deine Meinung, aber denk auch mal an dich. Denk an deine psychologische Gesundheit. Komm ins Zen. Du hasst diesen Film nicht. Hast es so ein hartes Wort. Du hasst Sachen, die wichtig sind. Hass wollte man nur einsetzen gegen Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind und The Union ist nicht wichtig. Komm in den Zen, Johannes. Komm in den Zen. Ja, das stimmt schon. Dieser Film ist es eigentlich nicht wert, sich nicht aufzuregen und das sagt schon ganz viel aus. Aber ich meine, ich bin ja froh, dass wir hier podcasten, weil so kann ich zumindest für mich rechtfertigen, dass ich diesen Film geguckt habe. Also hätte ich jetzt, ich hätte ihn, doch, ich hätte ihn glaube ich trotzdem geguckt, hätten wir jetzt nicht gepodcastet. Dann hätte ich mich richtig scheiße gefühlt, weil, also so gebe ich natürlich Netflix auch meinen Klick. Also wenn der in den Top Ten sein wird, dann haben es du und wir beide, wir haben dann auch Schuld. Aber zumindest können wir sagen, wir haben unsere, wir haben andere gewarnt. Aber hätte ich den einfach nur privat für mich geguckt, dann hätte ich mich wirklich schlecht gefühlt. Guck den nicht. Ja, das ist, ja, kann ich so unterschreiben. Damit sind wir durch und wie Johannes schon gesagt hat, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass wir es so lange gemacht haben. Ich dachte eigentlich, das Ding ist nach zehn Minuten gegessen, aber naja gut, wenn, wenn sich zwei Leute mit Erfahrung unterhalten und einer guten Meinung, dann kann es schon mal sein, dass es etwas länger wird. Und hey, wir haben Highlander integriert, ist super. Wir haben die Gewerkschaften gelobt, super. Also Bildungsauftrag zumindest heute erfüllt. Auf jeden Fall ist alles besser als The Union. Ja. Das klingt so schlecht, als sei Gewerkschaften schlecht. Also bitte, Gewerkschaften sind wirklich, wirklich wichtig. Und auch wenn das jetzt ironisch klingt, das ist nicht ironisch. Ich glaube, ich kann das schwierig, also manchmal klinge ich, glaube ich, wenn ich so überschwänglich bin, ironisch. Gewerkschaften sind wirklich wichtig, auch aktuell. Also Gewerkschaften sind aktuell in Deutschland in einer beschissenen Situation. Tretet ein, beschäftigt euch damit. Das ist super wichtig, wenn ihr Geld wollt. Und sorry, wir wollen für unsere Arbeit bezahlt werden. Also tretet in eine Gewerkschaft ein. Ja. Und damit unsere Podcast-Gewerkschaft Fahrt aufnimmt, müssen wir uns auch mal ein bisschen jetzt darum kümmern. Und das können wir nicht machen, wenn wir auf dem Mikrofon sitzen. Deswegen werden wir das jetzt hier beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören von unserer Besprechung von der Union. Wie gesagt, den gibt es seit dem 16. August auf Netflix. Uns gibt es schon wesentlich länger im Internet, unter anderem bei unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de Außerdem gibt es uns überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Und seit auch längerer Zeit haben wir einen Community-Server auf Discord, tele-stammtisch.de slash Discord. Da könnt ihr mit uns und anderen Leuten über Filme und Serienreden und sonstigen Quatsch machen. Kommt da gerne mal vorbei. Wir würden uns freuen. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss und Johannes, dir gebührt das letzte Wort. Vielen Dank. Mehr brauche ich nicht sagen, das hat dieser Film nicht verdient. Ciao, ciao. Beziehungsweise doch, ich danke dir natürlich, denn es war wieder eine Freude, mit dir aufzunehmen. Danke, ciao. Komm in den Zen. Komm in den Zen. Komm in den Zen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStandtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Applaus